Das ist der Beginn einer neuen Ära des Sports. Das war mein Fehler. Eddie, du bist kein Sportler! Ich weiß, wie es ist, wenn man abgeschrieben wird. Ich verschaffe dir deinen Moment. Aber es wird höllisch wehtun. Uns beiden kleiner. Habe ich nicht das Recht, mein Land zu vertreten? Nein. Du hast mehr Mut als alle anderen Springer da draußen. Du bist Eddie the Eagle. Jetzt flieg! Eddie the Eagle. Nur im Kino.